Boah das wird ne richtig fette Villa hier. Wenn wir die richtig zusammenkriegen. Uiuiui. Man wird auch bauen dürfen ne. Und ich fang mal hier drüben an auch Palisaden zu bauen. Was ich jetzt knapp zwei stunden gemacht habe ist eigentlich Bäume fällen. Ja du spielst Baumholzfäller Simulator. Man braucht doch hier Platz. Man braucht das ganze. Ja ja. Deshalb sind wir ja nur die Söhne vom Forest. Ja wir machen dann auch nichts weiter als Bäume fällen. Genau. Den Wald eigentlich ruinieren. Irgendwie kann man auch Brücken bauen. Das weiß ich. Ja ja ja. Lohnt sich das? Ja genau die gleiche Logik dahinter ne? Ja nicht ganz. Dafür braucht man irgendwie Seile. Hm. Ja da würde ich schon irgendwas daraus geben. Oder ja das Logische daraus ergeben. Junge was macht du da hinten? Ah! Der Tante hat sich angeschlichen. Ohne BH. Die hat drei Beine. Ah ne das ist ein Arm. Ich bringe hier irgendwas was noch übrig ist vom Körper. Hä? Ist ja lustig. Wir sind offiziell im Spiel angekommen mit Füßendruck. Oh ne und dann parken die noch so rum. Die schwebten in der Luft. Das muss alles steril sein ne? Ähm. Alles, alles sti, steril David. So. Zack, zack. Zack, zack. Sind die alles Männer eigentlich so aus Frage? Hä? In diesem Spiel. Ne. Sind die alle Männer in diesem Spiel? Ne. Die die ich gerade getötet hatte hatte Möpse. Ne ich meine als User ne? Aha ich glaube schon ja. Das ist nicht so 2023 freundlich. Ne ich denke da könnte man sich hell verzüchten. Hahahaha. Schief ne. Vor allem auch logisch. Guck mal. Ich bin hier drüben schon Palli dieser Arten am tanzen. Du bist ja. Weit. Ey diese. Bäume ne. Die sind ja riesen, fett, gigantisch groß. Wo ist eigentlich unser Kelvin hier am rum, rum albern? Äh ich weiß es nicht. Was hast du ihm eigentlich für ein Befehl jetzt gegeben? Soll ich da die Stämme die ich da hier gemäht habe einsammeln. Beziehungsweise in ein Behältnis verführen. Ok. Stocks hat er in dem Fall. Müsst ja eigentlich ein paar. Aber wo ist der Kollege jetzt wieder hier hin? Der rennt draußen rum. Schaufenster, Befestigung, Regalwand. Warum macht man sowas? Vogelhaus. Hast du irgendwen noch ein Ding gebaut? Noch. Was? So ein Lager für Stämme oder so. Irgendwo. Zwei. Deshalb wollte ich ja das Kelvin mir mehr Stocks sammeln. Oh. 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 Oh, die schmeißt aber... Einfach alles weg hier, ne? Wer? Hallo. Nette Dame. Kannst du mittlerweile mit ihr reden, ihr etwas geben? Keine Ahnung, die ist wieder davongerannt. Okay, dann ist sie immer noch scheu. Ich dachte, wenn wir da Kinder zeugen könnten, könnten wir mehr Arbeiter dafür generieren. Ist nur Profit, Profit, Profit hier. Nur so eine Idee, ne? Es fängt dann zu regnen. Ich glaube, wir müssen ein Dach bauen. Ja. Wäre sinnvoll. Unser Open House ist nicht mehr so lustig. Wir sind zwar in der Open World, aber Open House wollen wir nicht haben. Ja. Können die Bälle aufmachen, äh, kaputt gehen? Ich glaube nicht, ne? So, wo hat es hier einen Stocks am Boden? Ja. 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 Oh, hier hat es Stocks. Perfekt. Sie sind schon aufer, wie ich k wingt. So, ich mache mal für Calvin noch ein drittes, äh, Bammstammlager. Ach ja, das wird ein richtig geiles Häuschen. Du musst jetzt alles Vierecke bauen, soviel ich weiß. Ja, totaler Quatsch. Ja, ziemlich. Das ist Ressourcenverschwendung, ne? Also, total. Geht das hier überhaupt? Warte mal so. Und. Hä? Nö. Du bist, glaube ich, im Weg, dass er... Ah, jetzt so. Hä? Ja, das ist das Dach. Aber der eine da geht nicht. Ja, das ist bisschen doof. Ist noch nicht so durchgedacht, habe ich das Gefühl. Immerhin wenden Sie was. Na, geht doch gut. Ich bin gespannt, was er mir jetzt sagt. Und dann zeigt vom Level. Okay! Kann ich das? Okay, nein, kann ich nicht. Stützpferder kann man nicht entfernen. Ja, auch irgendwie unlustig. Ja, die... Die... Komm, Junge. Danke sehr. Ah, der Baum geht easy. Gewisse Bäume gehen von der Textur her easy zum Fällen und gewisse überhaupt nicht. Ich weiß nicht was. Hm. So. Dann sollte ich Level Up sein, wenn ich den Baum gefällt habe. Noch nicht. Dann beim nächsten. Ja, du... Es kommt. Es kommt. Es kommt. Okay. Oh. Achtung! Calvin! Oh. Alles gut. Da kann... Da kann es. Den haben... Dem hat es nichts gemacht. Ich glaube, der ist auch immun gegen sowas. Oh. Oh. Ist das da oben? Ein Vogelhäuschen oder was? Ja, genau. Wir federn. Du weißt, wofür wir Feder brauchen. Ja. Da war doch was. Ja, genau. Ja, genau. Jo. 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 Jo, das funktioniert also perfekt hier, ne? Ja. Jo. 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 Wir sind immer noch am Anfang vom Spiel, wir sind nur fröhlich am bauen aktuell. Ja, doch A bis Y dann, oder? A bis Y dann, mein Freund, A bis X. Ja, A bis Y, du sagst es. Warum? Warum legt man hier einfach mal alles ab? So. Ich kann den scheiß Pfeiler nicht wegnehmen, ist doch mega doof. Kann es sein, dass die Ureinwohner Angst vor Regen haben oder wasserscheu sind? Hm, doch generell, ne? So in der Richtung glaube ich ja. Nein, die wollen nicht baden, das Gefühl, die wollen gar nicht, die wollen nicht in der Richtung. Ich habe jetzt schon länger keinen mehr gesehen. Oh, ich brauche wieder essen. Aber ich glaube, wir haben noch Fische und so. Ja, wir haben Arme, wir haben getrocknete Arme. So, jetzt aber. Mal. 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 ich will das von oben herabbauen. So. Perfekt. Das dann irgendwann trocken. I hope so. Ja, ich bin jetzt gleich hungrig und auch müde. Schon wieder? Ja. So, ich renne die ganze Zeit in der Gegend herum, ne? Vielleicht hängt es auch mit Essen zusammen. Keine Ahnung. Oh, das war dumm. Nur einfach die zweite Etage, ne? Okay. Aber wie man effektiv dann das Dach macht, keine Ahnung. Was ich aber weiß, es ist. Wir müssen aufbauen. Jo. Ähm, so. Kann ich doch fair genug. Ja, gut. Diese Stühle, ne? So, jetzt geht der zu. Die waren alles Geld der Welt wert. Äh, alle Ureinwohner der Welt wert. Das sind wirklich Ureinwohner, die da rauf gehen. Ah, super. Zweite Etage. Ja, nice, nice, nice. Ja, irgendwie basteln wir uns da noch eine schöne Hütte raus. Ja, haben wir klein angefangen. Calvin wird hier noch mit den Baumstämmen zu kämpfen haben. Besser gesagt, wenn wir jetzt neu laden, also sobald wir über die nächste Session sind, die Baumstämmen weg. Das kann man... Oder wir haben Glück und mit dem nächsten Update wird das groben sein. Ja, ne. Ähm, wir sprechen ja mit dem Spielstand. Ja, ja, aber weißt du, es ist ja so ein... Äh, Bugfix nennen sie das. Ja, aber für die Katz. Der ist für die Katz. Jetzt hat er mal das geben sollte, ich weiß es nicht. So, von hier holt der Kollege seine Raumstämme. Okay. Der ist zu niedrig. Du, ich bin total müde. Ich bin ausgelaufen, ich bin am Arsch. Du hast Hunger, du bist müde. Das ist schon wie im richtigen. Ja. Ich ess mal eine Hand. Ich hab eine Hand gegessen, das gibt nicht wirklich viel. Also trocken nützt... trocken nützt gar nichts, ne? Mhm. Ja, absolut. Ist zwar schön trocken gestellt zu haben, aber... Komm, kann ich hier schlafen überhaupt? Komm, wir gehen pennen. Jetzt schon? Nein. Ja, ich kann nichts mehr machen, ich bin müde. Ja doch, du kannst. Ich geh irgendwann um. Nein, 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 nein. Nicht? Der meckert einfach nur die ganze Zeit. Das ist es. Es ist eh dunkel von dem her. Wäre gar nicht gut, um die Folge zu beenden, bis wir so in der Aufnahme stehen, was auch immer. Jo, genau. Können wir machen. Also... Wäre gar kein... Wäre gar kein Thema, ne? Ja. So... Darf ich mal? Danke dir. Eigentlich irgendwie... Ja, okay. Schauen wir nächste Session dann, wie wir das bewältigen können. Jo. Ähm... Ich speichere mal. Nochmal hier. Ja. Speichern. Nochmal. Speichern. Ja. Da mache ich noch einen neuen Spielstand. So, speichern. Ich habe jetzt zwei Spielstände drauf gespeichert, einfach nur um sicher zu sein. So. Gut. Ähm... Ja. Wann war es das an der Stelle? Dann haben wir schon eineinhalb Wochen im Kasten wieder, von dem Spiel. Ja, nice. Müssen wir dann nachher morgen schreiben, wie, wo, was, wann welche... Ja. Das Spiel und so. Gut. Ja, aber bis dahin war eine geile Session. Du meinst, äh... Freitags, ne? Also morgen ist Freitags. Was Freitag? Morgen ist... Aha, ja. Ja. Ja, ich fall immer drauf rein. Boah. Ja. Ja, okay. Der Kollege hat... Ja. Egal. Ja. Ja, Calvin... Calvin hat... Tut Calvin Dinge. Wir haben schon recht viel gebaut. Wir haben ganz wenig Ureinwohner jetzt in letzter Zeit. Das ist auch sehr gut. Oh, das ist positiv. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Peace. 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 Peace.